So, ein kleiner Rundgang durch meine neue Bude. Das hier ist der Flur. Da kommt die Garderobe hin. Nach rechts geht es aufs Klo, ins Bad. Hier kommt das YouTube-Zimmer rein. Es ist leider schon ein bisschen dunkel und es gibt hier noch keine Lampe. Hier gibt es eine schöne New Yorker Fototapete. Mein Arbeitsplatz wird dann nach hier kommen. Direkt an die Internetleitung. Dann ist hier die Küche. Da stehen schon ein paar Kartons. Küche müssen noch gekauft werden. Hier ist das Schlafzimmer. Mein Bett habe ich schon reingestellt. Da kommt noch der Fernseher hin. Da draußen steht Valentin. Ein Kumpel von mir. Hier kommt der Kleiderschrank hin. Und das hier ist das Wohnzimmer mit schönem indirektem Licht. Was man einstellen kann in der Farbe. Da kommt noch eine Lampe hin. Machen wir mal einen kurzen Turn. Und diese Farben sind alle möglich. Nehmen wir mal Rot oder Liga. Ziemlich geil. Und man kann auch, wie man gesehen hat, einen Wechsel einstellen. Dann habe ich hier noch den Balkon. Den muss ich noch ein bisschen herrichten, weil er ist ein bisschen hessig hier. Und mein Garten. Zumindest ein kleines Stück. Und ja, das ist es. Da oben wird eine Hollywood-Schaukel hinkommen. Und ansonsten hört man, wie schön ruhig es ist. Nur die Vögel zwitschern hier. Das ist das, was mir am besten gefällt. Ja, und das wird mein neues, donnes Ziel. Morgen ist der Umzug. Und ja, das war das versprochene Video. Ziemlich kurz gehalten, weil ich bin müde und wir wollen auch weitermachen. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Und ja, dann erst bis Mitte, Ende Mai, wo ich erst wieder streamen kann so ein Shit.